Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Zerklüftet Ja, es tut mir leid, mir ist letztens ein Part von Zerklüftet abhandengekommen Es tut mir leid, keine Ahnung warum Der war eigentlich auf meinem Desktop gespeichert Und am nächsten Tag, als ich den Laptop gestartet habe, war er dann weg Warum das so ist, weiß ich jetzt nicht Ich finde es auch scheiße, das ist jetzt eigentlich hier der vierte Part Aber jetzt ist er doch der dritte Aber egal, wir haben eigentlich nur das Dach da oben drauf gemacht Und ein bisschen umgeguckt nochmal Also wir haben wirklich nichts Großes gemacht Wir gehen aber nochmal Steinabbau, damit wir mehr Treppen für das Dach haben Weil die brauchen wir Und es macht Spaß hier abzubauen Ich finde das richtig klasse Sag mal, das ist so jetzt mein Einfall gewesen Das ist zerklüftet Ist eigentlich mal gar nicht so schlecht mit meinen verschiedenen Ideen dazu Zum Beispiel Kreativ- und Survival-Mischung Ich finde das was ziemlich Gutes Und so Ja Übrigens auf meinem Kanal fehlen mir noch weiter 300 aufrufen bis zu den 1000 aufrufen Das wird mein nächstes Ziel sein Obwohl vielleicht mein nächstes Ziel die 15 Abonnenten Ich habe jetzt gerade mal 14 und ich warte noch auf jemanden Ja Da warte ich schon Sehnsicht drauf Und wenn er kommt, dann werde ich ihn nähren In einem Video Ein Bonus Video Das ist dann 15 Abos Special nennt Ja Wie viel haben wir jetzt? Wir haben genau jetzt Haben wir uns genau 64 Ähm Ups, falsch Tast Ähm Game Mode 1 Game Mode 0 Und jetzt craften wir uns daraus doch ein paar Ähm Du hast ja eigentlich noch was drin Ich denke mal Oh, doch da ist Essen drin Das ist gut, dass da Essen drin ist Können wir mal 7 XP leisten 43 Eisen Ja Okay Dann verteilen wir die einfach mal ungleichmäßig hier drauf So Okay Doch nicht genug Für weitere 4 Stück, glaube ich Ähm Das Fleisch brauchen wir eigentlich im Moment noch gar nicht Ähm Kommen wir schon so hier drauf? Nein, kommen wir nicht Wäre auch zu schön gewesen Ne, jetzt machen wir das weiter Wir müssen wahrscheinlich nochmal in die Mine Ähm Ja Wir bauen unser Dach hier schön fertig Oh, ich sehe gerade so viel brauchen wir ja gar nicht mehr So viele Stufen Weil ich bezweifle, dass die jetzt, ähm Die 28 noch ausreichen Und das war ein großer Fail Das ist mein Lieblingswort Wer zum Beispiel Half-Life Part 8 Soweit ich weiß gesehen hab Ähm Wird gemerkt haben, dass ich, ähm Das Wort Fail Ziemlich oft benutzt habe Und noch was nebendran Das könnte jetzt sein, dass sie nach diesem Part Nicht mehr so arg regelmäßig zerklüftet kommt Ich weiß, zerklüftet kommt jetzt ja schon Eigentlich relativ selten Aber vielleicht wird dieses Video hier Eine kleine Ankündigung zu einer Videopause Von zerklüftet Von wann bis wann weiß ich nicht Und vielleicht Wird es vielleicht doch keine Videopause Also ich bin mir nicht ganz sicher Ähm Aber es könnte theoretisch so sein Weil das zerklüftet ist doch was Bisschen was anderes Weil, ähm Siedershon, mir ist da schon ein paar Dabhanden von gekommen Ähm Wenn es mich nicht Wenn ich mich nicht irre, sogar zwei Ähm Weil das war vielleicht schon mal ein bisschen voll Vielleicht was Alter, warum Setze ich denn diese Treppe da nicht richtig hin Hm So, jetzt Fauen wir aber nochmal, ähm Mehr Treppen Autsch Und wir öffnen die wieder zurück Eisenspitzhacke hat auch nur noch die Hälfte ihres Lebens Das Leben geht auch einmal zu Ende Hätte das jetzt gedacht Oh, hier ist viel Kohle Sollte jetzt reichen Und weiter geht's Die können wir auch schon nochmal abbauen Können wir auch nochmal langsam anfangen Hier uns überlegen, wo wir die Treppe hin basteln Also das Bett Können wir auf jeden Fall mal hier nebenhin Mal hier die Treppe hin Jep Hier rein Alter, komm Besser Halt, haben wir noch Holz Ja, wir haben noch Holz Und ich hatte recht Es gibt vier Treppen, wenn man die herstellen will Am besten mal hier Axt dafür Naja Fail Ja, perfekt Perfekt Jetzt haben wir auch unsere Eine schöne Speichertreppe Die nicht funktioniert Äh Macrof, ich liebe dich Ich glaube, wir müssen die auch Bisschen anders setzen Ähm Ja, nein So nicht Äh Verdammt Ähm So kann es aber theoretisch klappen Oh, komm Stört uns jetzt kurz nicht Aber nur über das Bett Können wir vielleicht doch wieder zurückstellen Ja, geht doch Okay Jetzt haben wir unsere schöne Speichertreppe auch Können wir uns hier wieder rausklatschen Nein Nein, wir müssen doch nochmal zurück Ah, das nervt Ähm Ja Zurück, weil wir brauchen ja noch Stein Um, ähm Treppen überhaupt setzen zu können Das sieht dann Ich glaube, nochmal um einiges besser aus Und schauderhafte Geräusche im Hintergrund Das kann ich nicht leiden Ich mag keine schauderhaften Microsoft-Hintergrund-Geräusche Ähm So, G-Mod-Null Und Das Ähm Ja, die Frage ist Wie machen wir das jetzt am besten? Hm Ähm Ja, das ist die Frage der Fragen Ähm 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 Nein Das sieht scheiße aus Und in jeder Folge muss es regnen What the fuck Habe ich da irgendwie so ein So ein Dreh drin Dass es automatisch so wird Ja, komm Fürs Erste lassen wir es mal so Wenn wir nicht die ganzen Folgen Verschwenden Fürs Dach Was wir jetzt aber glaube ich haben Ähm Da kommt die ganze Erde mal hier rein Oh my god Die ist ja auch gleich leer Oder bald Oder irgendwann Oh nein Ich weiß das nicht Scheiße Und da wollen wir sagen So ein bisschen Bis zum Ende der Folge Fliegen wir nochmal ein bisschen rum Und da konnten wir ein bisschen Hier Vielleicht finden wir noch Irgendwisschen Interessanter Da kommt eine Wolke raus Ähm Ja Wie zum Beispiel mal eine Mine Dann versuchen wir mal halt zu Fuß hinzukommen Was ist aber schwer bezahlt Dass das funktionieren wird Aber hier ist das anderes Interessantes Game of 0 plus Ja Zwar Kühe und ihr Leder Und zwar brauchen wir das Leder Lederrüstung Weil wir wollen ja nicht unser ganzes Eisen Einfach nur mal für eine Rüstung verschwenden Vielleicht brauchen wir das ja nochmal irgendwann Das sieht aus Wenn wir wenigstens noch irgendwo zwei Leder herbekommen Hier ist Astrein Geilo Äh Oh ja Komm hier mal Screenshot für something else Oh my god Ich habe ein neues Minigame erfunden Und zwar Du spawnst hier drauf Und musst irgendwie hier runterkommen Ähm Und nicht dabei sterben Und das ist ein Spiel Das völlig unmöglich ist Das Ist so Mö Mö Vier, perfekt Oh mein Gott, unser Haus sieht ja so schön aus Ich wollte gerade Scheiß sagen Nein, natürlich nicht Ich darf doch nicht mein eigenes Haus beleidigen Das geht doch nicht Das ist inakzeptabel Upsi Und zieh es an Ja Drei Ja Es gibt nur ein halbes Rüst Oh mein Gott Nur ein halbes Rüstung Ein halbes Rüstung Ich voll gut Deutsch können Oh ja Und zu guter Letzt Möchte ich euch noch eine Sache zeigen Warte mal kurz Und zwar geht es um ein Bild Das ich ziemlich geil finde Das ich und zwei meiner Freunde In einem Französischen Unterricht gezeigt haben Und zwar ist es genau das hier Falls ihr das jetzt nicht so gut sehen könnt Ich mach nochmal so Und wenn ihr es dann immer noch nicht gut sehen könnt Ich blende es auch nochmal als Screenshot in die Aufnahme rein Ja Und ich sage auch hier Tschüss War ein sehr amüsanter Part Vielleicht der Letzte Vielleicht nur eine Ankündigung zur Videopause Und ich sage Auf Wiedersehen Leute